Ja, jetzt kommen gleich wieder nachts schon da und hier hinten blitzt es die ganze Zeit. Oh, was war's da, der Boblin? Da sieht man den Fernseher im Fenster drinnen und es blitzt immer noch da an der Stelle, wo heute der Rauch fallen kann. Da sieht man es noch ganz leicht. Ach, Herr Hoffmann, das ist nicht der Rauch fallen und auch nicht der Karriere-Spieler, das ist ja immer so passend. Was macht das mit anderen Einsatzkräften? Ich habe dazu einen Feuerwehrmann im Studio. Außerdem, wenn der Berg zur Gefahr wird, in der Schweiz musste heute ein ganzes Dorf evapoliert werden, Felsmassen drohen herabzustürzen. Und die Freude am Fertiggericht, die Dosen-Ravioli werden 65 und sind immer noch beliebt. Wir zeigen den Klassiker und was ein Sternekoch dazu sagt. Genau. Und es blitzt immer noch. Guck mal, wie das blitzt. Machen Sie das da hin? Es ist da. Passiert. Ach, komm, die Witte.